Hallo liebe Kreis Musikschul-Followerinnen und Follower. Ich wollte euch heute mal was besonderes zeigen und zwar habe ich für eine Schülerin einen Short Scale E-Bass besorgt. Der ist total putzig, weil er total klein ist, also ungefähr so groß wie eine normale Gitarre und kann also auch von Kindern gespielt werden. Naja und ob der gut klingt, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Also ich finde klingt super, wenn ihr euch für E-Bass interessiert einfach auf unserer Webseite nachgucken und anmelden. Macht's gut, ciao!